Bei der Energiedatenanalyse trifft man häufiger auf das Problem, dass man auch Texte oder Textbausteine manipulieren und verändern muss. Und auch hier bietet Excel einige Funktionen, die wir uns einmal ansehen wollen. Das betrifft unter anderem das Datumsformat, weil Datumswerte oder Datum- und Urzahlswerte häufig in verschiedenen Formaten vorliegen und man sie für die Datenanalyse in Excel anpassen muss. Das wollen wir uns jetzt angucken, auch wenn in Excel ein Datum ja eine Zahl ist. Das hatten wir uns ja schon angeguckt. Also der 01.01.2023 ist ja eigentlich eine Zahl, nämlich 44.927. Man kann mit diesem Datum rechnen, das hatten wir uns in der vorherigen Folge schon angesehen. Man kann jetzt verschiedene Manipulationen mit dem Datum machen. Das ist, wie gesagt, jetzt eine Zahl, das ist kein Text. Wir können aber Texte zusammensetzen, verketten, über die Funktion verketten. Das heißt, man kann dort mehrere Zeichenfolgen zusammensetzen. Man muss halt beachten, wenn es ein Text sein soll, brauchen wir immer die Anführungszeichen. Wenn wir sagen, verketten 2023, Semikolon, dann machen wir so einen Strich, Semikolon 01. 01 wird immer die Anführungszeichen. Dann brauchen wir nochmal einen Bindestrich. Dann machen wir noch den Tag. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir sagen jetzt, wir zacken uns das Ergebnis einmal an, verkette mir, setze mir zusammen den Zeichensatz 23, den Zeichensatz, einen Bindestrich, die 01, nochmal einen Bindestrich und dann nochmal die 01. Gibt uns dieses. Bei Texten ähnlich, wobei man da sogar noch einfacher agieren kann. Wenn ich sage A, dann kann ich hier mit dem kaufmännischen UND arbeiten und kann da entsprechend mit diesen Verkettungen arbeiten und bekomme dann A, B, C. Man kann bei der Verkettung auch wieder auf Zellwerte zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, ich möchte das jetzt hier haben und dann noch ein D und E ergänzen. Und dann kann Excel entsprechend auch mit den Zellwerten arbeiten. Also, er nimmt den Text aus C4 und ergänzt dann noch die Zeichenkette DE, sodass wir dann A, B, C, D, E bekommen. Also, diese Verketten ist ganz nützlich. Was haben wir noch? Es gibt dann noch Links zum Beispiel. Dann wähle ich einen Text. Nehmen wir jetzt den Wert in der Zelle 5 und sage zwei Zeichen. Habe dann nur A und B, weil er einfach von links kommend diesen String nimmt und dann die ersten zwei Zeichen ausgibt. Entsprechend ist dann für, also wir schreiben das mal dazu, hier steht jetzt links und hier steht jetzt rechts. Semikolon 3, dann müssten wir C, D, E bekommen als Ergebnis zu dieser Zeichenkette. Wir fangen von rechts an, nehmen drei Zeichen und haben dann C, D, E mit der Funktion rechts. Das kann jetzt hilfreich sein. Wir sehen jetzt hier oben diesen Text. Das ist tatsächlich jetzt ein Text. Das ist keine Zahl mehr. Wenn wir jetzt hier auf Zahl gehen, ändert sich nichts, weil es halt für Excel ein String ist. Ein Textformat, eine Zeichenkette. Jetzt können wir aber, also man hat häufig so Messdaten in diesem internationalen Format, Datumsformat gegeben, weil man so eigentlich idealerweise ein Datum ablegen sollte. Man hat nämlich dann hier beim Sortieren direkt Jahr, Monat, Tag. Dann kann man noch die Stunde, Minute, Sekunde ergänzen. Das sollte, oder so sind Daten häufig abgelegt in CSV-Dateien, also Comerat-Separated-Value-Dateien, wo einfach Messdaten dann aufgeführt sind. Und das müssten wir jetzt zerschneiden. Das heißt, was man jetzt versuchen muss, ist, wie komme ich jetzt hier aus dieser Zeichenkette an das Jahr, an den Monat und an den Tag. Wie machen wir das? Also das Jahr ist relativ einfach. Wenn wir das Jahr mal haben wollen, wir wollen den Monat bestimmen, wir wollen den Tag bestimmen. Also das Jahr ist einfach. Das Jahr ist einfach. Wir gehen von links, nehmen diesen Zeichen-String und nehmen vier Buchstaben. Und haben dann 2023. Beim Tag ähnlich, da nehmen wir auch diesen Wert. Aber wir müssen von rechts kommen. Also rechts, Anzahl der Zeichen sind zwei. Was jetzt schon auffällt, also den Monat machen wir jetzt gleich. Was jetzt schon auffällt hier ist, hier steht die 0,1. Warum das hier, obwohl es ja aussieht wie Zahlen, ist es ein Text. Also ich kann jetzt hier nicht auf Zahl wechseln. Es bleibt ein Text. Das ist also intern, ist das jetzt gerade keine Zahl, sondern eine Zeichenkette, die nur aus Ziffern besteht. Kleine Knobelfrage, wie bestimme ich jetzt den Monat? Also wie komme ich jetzt hier an die Mitte? Da muss ich dann links und rechts miteinander verknüpfen. Also was machen wir? Wir machen erstmal links. Das heißt, wir nehmen von links diese Zeichenkette und brauchen dann die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeichen. Dann haben wir 2023 0,1. Wir schneiden also nach dem ersten 0,1 ab. Und von dieser Zeichenkette kommen wir jetzt von rechts und nehmen zwei Zeichen. Also rechts und sagen dann 2. Und als ich ändere mal hier das Datum, dass wir hier mal eine 0,2 stehen haben, dann passt das natürlich auch direkt an. Das heißt, jetzt haben wir hier das Datum auseinander dividiert in Tag, Monat und Jahr. Es sind aber wie gesagt alles keine Zahlen. Also ich kann damit jetzt nicht rechnen. Ich kann jetzt nicht sagen, das plus 1. Ah doch, das kann er wohl, weil er erkannt hat, steht eine Zahl drin. Also manchmal klappt das. In älteren Versionen mag das vielleicht noch nicht klappen. Aber das hat er jetzt erkannt, dass da offensichtlich eine Zahl steht. Was macht er? Er macht folgendes. Es gibt die Funktion Wert, wandelt ein als textangegebenes Argument in eine Zahl um. Also Wert davon. Er erkennt, da steht eine Zahl. Also das ist jetzt hier. Ich schiebe das mal eins nach rechts, damit wir die Funktion nochmal sehen. Also der Wert der Zelle, die dort steht, ist 1. Und wenn wir das jetzt hier hochziehen, haben wir hier, das sind jetzt Zahlen. Mit denen können wir rechnen. Da können wir uns mal noch eine Nachkommastelle ergänzen. Das funktioniert hier rüber direkt. Und wenn wir daraus wieder ein Datum machen wollen, das haben wir dann schon gesehen. Also Datum, Jahr, Monat, Tag. Dann haben wir wieder den ersten, zweiten. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt eine Zahl. Das heißt, das haben wir jetzt gemacht. Ganz kompliziert. Wir haben hier aus diesem Text-String eine Zahl gemacht, mit der wir jetzt weiterarbeiten können. Das heißt, das ist ganz nützlich. Entsprechend geht das natürlich auch dann noch für die Sekunden, Minuten, Stunden. Aber über diesen Umweg muss man entsprechend gehen. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir gehen mal hier kurz wieder auf das Datum. Man hat ja hier noch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zahlenformate zu definieren. Also vor allem hier unten beim Benutzerdefinierten sind eine ganze Reihe an vordefinierten Möglichkeiten gegeben. Das hatten wir uns ja schon mal anguckt. Zum Beispiel hier mit der Stunde. Noch 0, 0, 0, 0. Hier unten jetzt wichtig, weil ich jetzt in der Web-Version von Excel bin, um das zu nutzen. In der Web-Version kann ich kein eigenes Format definieren. In der normalen Programm-Version von Excel kann man hier auch eigene Formate definieren. Das ist jetzt hier interessanterweise nicht vorgesehen. Man kann das aber auch noch mal anpassen. Und zwar kann ich über den Begriff oder über die Funktion Text, steht hier, wandelt ein Wert in Text in einen Zahlenformat um. Also wir nehmen diese Funktion Text, sagen, ich möchte das hier haben und dann gebe ich das Textformat an mit Anführungszeichen. Und da kann ich jetzt sagen, also schreibe das mal so als Ja, 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 Ja. Dann Monat, Monat, Stunde, Stunde, Tag, 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 Pardon. Da habe ich TT. Und dann haben wir HHMMSS. Also das habe ich jetzt gemacht. Ich kopiere das hier mal raus, um das mal hier drunter zu schreiben. Also das, was jetzt hier steht, ist jetzt die Darstellung. Wichtig, es ist nur eine Darstellung, denn ich kann das wieder ändern. Also das ist jetzt ein Text. Ich habe also meinen Text, meine Zahl, die hier steht, umgewandelt in einen Text. Man erkennt das immer daran, Zahlen sind da rechtsbündig automatisch, währenddessen Text immer linksbündig geschrieben wird. Das ist jetzt wirklich ein Text, das ist keine Zahl mehr. Wir sehen das hier oben, ich habe das jetzt nicht als Zahl oder als Datum, kann ich das nicht verändern. Das müsst ihr jetzt wieder rückumwandeln über den Begriff Wert. Das heißt, ich habe also jetzt hier mein Datum, da ist eigentlich jetzt 0 Uhr, da müssen wir noch berücksichtigen. Das ist jetzt 0 Uhr, 0 Minuten, 0 Sekunden. Habe ich jetzt umformatiert über diese Darstellung. Das ist also genau das, was wir hier bei diesen Formaten haben, bei diesen Benutzerdefinierten. Dieses Format oder diese Formatierung können wir in dieser Webversion innerhalb dieser Teams-Umgebung nicht manipulieren. Das sind ganz nützliche Funktionen. Wir können nochmal hier reinspringen in diese Funktionsübersicht, was es hier noch gibt. Wir gucken uns noch zwei Sachen an, nämlich das Ersetzen, wobei Ersetzen der falsche Begriff ist. Aber wenn man jetzt einen Text hat und möchte dort ein Zeichen ersetzen, dann dieses Suchen und Ersetzen. Diese Funktion heißt Wechseln. Gucken wir uns gleich einmal an und ich möchte jetzt hier noch mir das Suchen als Funktion angeben. Also auch das ist noch ganz nützlich. Wenn ich also einen Text habe und möchte den zerschneiden in verschiedene Abschnitte, dann soll er mir das hier über dieses Suchen machen. Also wie machen wir das? Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier 14, 15, 16 und ich möchte jetzt nach einem Zeichen suchen. Also ich habe den Suchtext. Das ist das Semikolon. Dann der Text, in dem ich suchen möchte. Dann ist es 3. Also was habe ich jetzt gemacht? Man muss jetzt aufpassen. Man gibt erst das Zeichen an, nach dem man sucht. Das ist das Semikolon. Und dann den Text, in dem ich suchen möchte. Diese 14, Semikolon 15, Semikolon 16. Optional kann ich sagen, ab welcher Stelle sollst du erst anfangen. Aber jetzt weiß ich, an der dritten Stelle kommt ein Semikolon. Das ist halt ganz nützlich, wenn ich sagen möchte. Ich möchte vielleicht den ersten Teil hier rausschneiden, weil da noch Messdaten drinstehen, die mich nicht interessieren. Dann kann ich das jetzt hier mit dieser Ziffer, also das jetzt hier, suchen als Funktion. Dann kann ich darüber den Text entsprechend manipulieren mit meiner Funktion links und rechts, die wir hier oben gesehen haben. Ansonsten, was man auch noch häufig hat, ist, wenn ich jetzt Messdaten habe mit einem Dezimaltrenner, also 46,789. Da denkt er jetzt erstmal, oh Gott, das ist ja gar kein, das ist eine Zahl mit einem Tausender-Trenner. Da muss man wirklich aufpassen. Excel versucht damit etwas schlauer zu sein. Auch wenn ich jetzt 4.5 habe, dann denke ich, das wäre der 4. Mai. Also das ist ein bisschen tricky in Excel. Da muss man wirklich aufpassen, dass er da manchmal falsche Angaben macht. Also wenn wir das mit Anführungszeichen setzen, dann löscht er die Anführungszeichen nicht. Also auch da muss man aufpassen. Excel versucht manchmal schlauer zu sein. Das nervt, wenn Excel da vor allem solche Punkte, also ein Dezimal-Punkt-Trenner, dann in ein Datumsformat umwandelt, wenn man also einfach Rohdaten übernimmt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Umgekehrt, wenn ich jetzt sage 56,789, machen wir hier mal die Nachkommastellen noch dazu. Und ich möchte jetzt das Komma durch einen Punkt ersetzen. Das geht um die Funktion wechseln. Also nicht ersetzen, sondern wechseln. Was heißt das? Ich nehme hier bei wechseln, ich will wissen, wo steht mein Text. Dann, was ist das Zeichen oder der Text, den ich ersetzen möchte? Das ist in dem Fall ein Komma und ich setze das durch einen Punkt. Und bekomme dann einen Text, das ist jetzt wichtig, mit 46.789. Das heißt, darüber kann ich dann den Dezimal-Trenner im Deutschen, das Komma, ersetzen durch den Dezimal-Trenner mit einem Punkt. Also auch das ist immer die Herausforderung. Bei Messdaten haben wir Dezimal-Trenner-Punkt oder Komma. Man kann es beim Einlesen auch schon berücksichtigen. Idealerweise macht man das aber direkt in der Roh-Mess-Datei, dass man dort, da sind ja häufig dann CSV-Dateien, diese Ersetzung macht. Also dieser Begriff heißt dann wechseln, nicht ersetzen. Ersetzen macht etwas anderes, den will ich an dieser Stelle deswegen gar nicht vorführen, weil der einfach nur verwirrt. Sondern das Suchen und Ersetzen nach Zeichen erfolgt über die Funktion wechseln. Und darüber kann man dann entsprechende Textmanipulationen machen. Wie gesagt, am häufigsten ist es, dass man Datumsformate so anpassen muss, umformatieren muss, dass man dann aus so einem Datums-String, das ist dann meistens im Text, wie auch in höheren Programmiersprachen häufig, das Datum in String ist und keine Zahl, dann entsprechend umwandelt in das Excel-kompatible Format, dass man dann aus so einem Datums-String oder Date-Time-String im Englischen dann eine Excel-kompatible Zahl macht. Da muss man halt entsprechend über diese Manipulationen dazu kommen, dass man am Ende dann eine Zahl bekommt.